Willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal über Thailand reden und zwar die Steuern, die was anscheinend am 01.01.2024 sich ändern bzw. das Steuersystem ändert sich ein klein wenig. Viele haben Angst bzw. sind sehr in Ungewissheit und ich persönlich bin ja selber auch in Bangkok zu Hause bzw. in Thailand. Ich bin auch schon steueransässig dort, das heißt ich habe schon meine Steueridentifikationsnummer. Heute werden wir mal ein paar Beispiele durchgehen, wie gravierend das Ganze sein dürfte für die meisten und welche Gruppen wahrscheinlich nicht davon betroffen sein werden. Herzlich Willkommen zum neuen Video. Heute werden wir über Thailand reden und zwar eben über die Steuern. Es ist so gewesen bzw. es ist so im Moment in Thailand, dass eben, wenn man das Auslandseinkommen steuerfrei ist, wenn es nicht im gleichen Jahr, wo es verdient worden ist, nach Thailand gebracht worden ist. Das heißt, wenn man 2023 sozusagen verdient, 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 was mit seiner Auslandsfirma verdient und das dann erst 2024 nach Thailand bringt, dann ist das Ganze steuerfrei. Das heißt, es muss nicht nochmal versteuert werden. Hier natürlich auch so unterscheiden, das ist natürlich Bestandsvermögen. Wenn man Bestandsvermögen hat, das lässt sich immer sozusagen einführen. Also hier reden wir nur über Einkommen, das, was dann im Ausland verdient worden ist und so weiter. Ob da jetzt Pensionen mit reinzielen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Viele Anwälte auch da in Thailand sagen, wird wahrscheinlich nicht die Pensionisten treffen, da das ein bisschen anders eingestuft wird. Theoretisch könnte man es auch als Einkommen sehen und theoretisch müsste es auch versteuert werden. Aber ich denke, Thailand würde sich da wahrscheinlich ein bisschen das eigene Fleisch schneiden, wenn sie jetzt einfach die ganzen Benefits, warum die Leute eigentlich da sind, die Leute wieder wegnehmen. Da könnten sie auch ziemlich große Abwanderungen sehen aus Thailand. Und natürlich auch das Geld, was diese Leute eigentlich dort ausgeben würden. Das heißt, ich denke, es ist eine relativ laissez-faire Handhabung, was das ganze Steuersystem, was Ausländer betrifft, gemacht worden in den letzten Jahren. Und es hat natürlich auch sehr viele angezogen, da das System einfach attraktiv ist. Wenn man sagt, okay, Bestandsvermögen kann man immer ihn nach Thailand bringen. Und wenn man eben das Vermögen bzw. das Einkommen, was man verdient, im laufenden Jahr, erst nächstes Jahr einführt, dann ist das Steuersystem natürlich auch eine pipi-feine Geschichte. Und mit ein bisschen Vorausplanung, Planen, lässt sich da auf alle Fälle auch so ziemlich 0% Steuersystem sozusagen leben bzw. bauen. Jetzt seit dem 1.1.2024 soll sich das ändern. Das heißt, das Einkommen wird immer besteuert, egal wann es wirtschaftlich geworden ist bzw. wann es eingeführt wird. Und dahingehend folgt sozusagen das, wenn man es im laufenden Jahr wirtschaftlich und im nächsten Jahr eben einführt, dass es dann steuerfrei ist, wird immer versteuert. So, wie schaut das Steuersystem in Thailand aus? Wir haben ein progressives Steuersystem, so wie in vielen anderen Ländern auch. Das heißt, bis zu einer gewissen Summe ist sozusagen der Steuersfreibetrag und dann geht es in Stufen weiter nach oben. Ich habe für euch gewisse Beispiele vorbereitet, was das Ganze dann heißen könnte. Ganz wichtig ist natürlich auch da anzumerken, dass nicht das komplette Einkommen, was man im Ausland verdient, versteuert werden muss. Nur das, was man nach Thailand wirklich einführt, einführt in Anführungszeichen. Das heißt, was man auf ein thailändisches Bankkonto auszahlt. Das heißt, wenn ich mit meinen Firmen im Ausland Kohle erwirtschafte und die Kohle, die landet auf einem Weißkonto zum Beispiel und ich will zum Beispiel auch mehrere Firmen, zum Beispiel, ja, Manu House LLC in Florida drüben, wo auch unsere Membership sozusagen drüber läuft, das lag ganz normal über Weißkonten. Und die Weißkonten, das sind Dollarkonten und das sind in Amerika drüben, okay. Das ist Auslandseinkommen. Das heißt, das, was wir erwirtschaften mit der Firma ist sozusagen Auslandseinkommen. So, aber nur das, was sozusagen in nach Thailand gebracht wird, ist dann sozusagen zum Versteuern, okay. Vorher war es eben anders. So, und dahingehend lässt sich natürlich, ist es nicht extrem wild, da ja nicht alles besteuert wird. Wenn es alles besteuert werden würde, dann kann ich schon ziemlich mit Sicherheit sagen, dass sehr, sehr, sehr viele Leute das weitersuchen werden, gell, da das einfach nicht mehr interessant ist, gell. Also viele Unternehmer gehen natürlich auch nach Thailand und leben auch in Thailand, da sie entweder keine Steuern zahlen, weil sie es geschickt sozusagen nutzen für sich, oder wenig Steuern zahlen, gell. Und natürlich auch, was Immobilieninvestments angeht, gell, wenn man zum Beispiel jetzt ein bisschen was an Kohle hat und das dann wahrscheinlich nach Thailand bringen will, um eine Immobilie zu kaufen, wenn man das sozusagen mit Cashflow macht, um eine Finanzierung zu machen, dann zahlt man sozusagen auch auf das dann noch mehr, sozusagen noch Steuern. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, gell. Aber ja, ich würde sagen, die Änderungen sind absolut verkraftbar und ich bin ja auch nicht dagegen, Steuern zu zahlen, wenn es auf das ist, was ich sozusagen ins Land einführe. Es ist absolut fein für mich, gell. Wir werden auch gleich eben die Beispiele durchgehen. Und gut, jetzt starten wir mal durch. Das heißt, wir starten mal bei einer Million Bank. Das heißt, je nachdem, wie viel wir, also wie viel Geld wir nach Thailand bringen, okay. Hier haben wir das Ganze auch umgerechnet in Euro, damit ihr euch ein bisschen was vorstellen könnt, was da ungefähr zum Zahlen ist, bei welchen Summen, okay. Das heißt, bis eine Million Bar. Also wir gehen jetzt einmal die ganzen Kalkulationen durch und da unten sehen wir dann aufgeschlüsselt, wie die ganze Einkommensstufen soll sein und wie das sozusagen berechnet wird. Okay, das heißt, mit einer Million Bar sind wir schon in ein paar Steuerstufen drinnen. Eben hier, wie man hier sehen kann, bis Stufe 5 sind wir drinnen, beziehungsweise bis Stufe 4 bis 20%. Okay, 57 bis eine Million Bar sind 20%. So, aber im Großen und Ganzen, wenn man sagt, okay, ob man jetzt eine, zwei, drei oder mehr Millionen Bar pro Jahr braucht, je nachdem, wie sozusagen luxuriös man leben will. Ich würde sagen, mit einer Million Bar kommt man eigentlich ziemlich hin. Das haben wir dann bei 25.700 Euro und wir führen sozusagen eine Million Bar ein. Wir haben eine Steuerquote, also aufs Ganze 11,5%. Okay, wir zahlen 115.000 Bar an Steuern. Das sind von diesen 25.700 Euro, sind es ungefähr 3.000 Euro, was wir zahlen. Das sind 11,5%. Das würde ich sagen, das trifft wahrscheinlich für die meisten zu, sogar teilweise sogar unterhalb dieses Levels. Okay, das heißt, man kommt mit dem Steuersatz sogar noch weiter runter. Wenn man sich auf das so anschaut, okay, das ist eigentlich gar nicht so wild, gell, speziell eben, wenn es nur auf das rechnet wird, was man hier eben einführt. So, mit zwei Millionen Bar sind wir ja schon bei 18,25%. Okay, da gehen wir schon, ja, ein bisschen höher, gell. Also da haben wir dann schon 365.000 Bar zum Zahlen, das sind ungefähr 9.400 Euro. Im Gesamten, die zwei Millionen Bar sind zum heutigen Wechselkurs 51.000 Euro. Da muss man natürlich auch schauen, gell, wenn man jetzt mal eine Familie hat oder sowas, dann wäre das wahrscheinlich dann eher der Way to Go. Kommt natürlich auch auf die Wohnung drauf an, wo man located ist und so weiter. Wenn man eher auf dem Land draußen ist, dann ist man natürlich super günstig auf dem Weg. Da kommt man überhaupt nicht dorthin. Wenn man zum Beispiel in Bangkok wohnt oder vielleicht in Chiang Mai, in Pattaya, in Bukhet und so weiter. Eventuell, naja, es gibt schon auch günstige Wohnungen in vielen Fällen. Genau. Wir werden dann unten auch eine Aufschlüsselung haben, wie es bei mir ausschaut und was ich zum Beispiel gerade zahle und wo ich da also zum Beispiel einfallen würde, wie viele Steuern ich dann zahlen müsste. Genau. Ich kann natürlich dann mich auch noch entscheiden, dieses Jahr noch ein bisschen was von meinem Bestandsvermögen einzuführen. Dann können wir auch noch länger aus, dann ist das Kabel blöd. Dann müsste ich sogar vielleicht nächstes Jahr gar keine Steuern zahlen, da einfach das Glykohle schon im Land ist. So, bei 3 Millionen Baht sind wir schon bei 22 Prozent, was wir dann zahlen. 4 Millionen 24 Prozent und 5 Millionen sind wir bei 26 Prozent. Seht man auch hier, was man hier ungefähr zahlen dürfte. Aber ich würde sagen, die wenigen brauchen 100.000 Euro pro Jahr zum Überleben, also zum Leben in Thailand. Thailand ist ja, man kann es wirklich auch sehr kostengünstig gestalten. So, das Einkommenslevel ist sozusagen so, bis 150.000 Baht ist keine Einkommenssteuer zum Zahlen und ab 150.000 Baht bis 300.000 Baht und dann geht das Ganze gestaffelt so nach oben, okay. Bis wir über 4 Millionen Baht sind, das ist dann einfach 35 Prozent vielleicht rein. Genau. Dann haben wir hier ein Beispiel, was zum Beispiel an Unternehmer angeht. Das heißt, der Unternehmer zum Beispiel so wie ich, mit ein bisschen höheren Ausgaben oder sowas, wenn man sich ein größeres Apartment anmietet oder sowas und auch mal einiges an, ja, Unternehmungen macht, dann sagen wir mal, okay, er überweist sich von seinen Auslandskonten beziehungsweise von seinen Firmen, was er so verdient, 4.000 Euro pro Monat überweist er sich nach Thailand. So, wir haben dann, wenn wir das Ganze umrechnen, sind wir bei 48.000 und wir haben 1.862.000 Baht, was er sich pro Jahr überweist. Und hier ist dann sozusagen die Aufschlüsselung, wie das in diesen Steuerklassen bis hoch auf 25 Prozent berechnet wird. Das heißt, einmal die ersten 150.000 sind steuerfrei, für die nächsten 150.000 zahlt er 7.500 Baht, das sind 5 Prozent, dann für die nächsten zahlt er 20.000, 37.000, 50.000 und 215.000 dann ab der Million, okay. Ganz wichtig dann, dass man das sieht. So, overall die Steuerschuld ist dann von eben diesen 1,8 Millionen Baht, 330.000 Baht. Das ist jetzt nicht in Ordnung, okay. Wenn man sich das so aufrechnet, okay, dann haben wir Steuerschuld von 8.500 Euro. Und dann müsste man sich von diesen 4.000 Euro, was man nach Thailand bringt, müsste man sich 710 Euro sozusagen, also in Bad, auf die Seite legen für die Steuern. Okay, das ist dann absolut in Ordnung. Da sind wir bei 3.290, was man sozusagen zur freien Verfügung in Thailand hat. Gut, genau. Gut, Rentnerbeispiel, das ist jetzt etwas, da will jetzt kein Aufschrecken oder sonst was. Es geht jetzt nur um das, dass man sich jetzt einmal ganz grob durchkalkuliert hat, wie wäre es, wenn Rentner sozusagen wirklich besteuert werden würden. Würden ich gehe einmal nicht davon aus. Trotzdem schauen wir uns einfach einmal ein Beispiel an, um das Ganze einmal durchzukalkulieren. Wir gehen jetzt einmal von einer Renten von 2.000 Euro aus, was eh schon relativ viel ist. Sagen wir mal, die wenigsten werden wahrscheinlich 2.000 Euro kriegen. Aber wenn wir sich das jetzt einmal so durchrechnen, sind wir bei 24.000 Euro pro Jahr. Und wir sind also genau unter einer Million Bad. So ist es dann aufgeschlüsselt und wir haben dann ungefähr 100.000 Bad zum Zahlen. So, wenn 2.000 Euro eben nach Thailand kommen, dann haben wir 2.600 Euro Steuern pro Jahr. Das bedeutet, 2.800 Euro monatlich weniger zum Ausgeben. Okay, das ist jetzt von 2.000 Euro, wenn man 2.800 Euro weglegen muss. Okay, das schränkt auch nicht nur ein bisschen ein. Klar, das tut jetzt ein bisschen weh, weil 2.000 Euro ist jetzt schon ein 10%, was man da weglegen muss. Aber im Großen und Ganzen ist es absolut nur verkaufbar, wenn man sagt, okay, man kann dann easy, cheesy leben. Es ist dann halt kein absolut 100%iges 100%-Königsteuern-Setup mehr, sondern man zahlt halt dann 10%. Und ich würde sagen, 10% ist nachgefahren ziemlich Pipi-Fein. Und das heißt, wie gesagt, mit 2.000 Euro und da kann man da in Thailand Pipi-Fein leben, wie gesagt. So, was mein Beispiel angeht, wir gehen jetzt einmal da durch, auch was Kosten angeht für Wohnung, Strom, Internet, Essen. Essen, muss ich zugeben, da bist du dann ein bisschen was mehr einkalkuliert. Essen ist ein bisschen viel. Man kann viel, 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 viel günstiger essen, als wie das da steht. Ich habe einfach ein bisschen mehr veranschlagt, um auch gewisse Aktivitäten oder sonst irgendwas zu decken. Also das ist schon ein guter Patzen auf alle Fälle. Also viele leben mit dem Ganzen komplett in Thailand. Aber ich habe es ein bisschen mehr veranschlagt. Ich bin jetzt da sogar eben im Jahr bei 790.000 Baht. Das ist absolut nicht im Rahmen. Und wenn man sich das Ganze anschaut und zahle, würde ich zahlen 72.900 Baht eben ansteuern. Das bedeutet, ich müsste 160 Euro sozusagen weglegen. Hier allerdings wohlbemerkt, wenn ich den vollen Betrag, also diese, was sagen wir, diese fast 800.000 Baht, wie gesagt, von frischen Einkommen überweisen würde. Das heißt, das, was ich verdiene mit Auslandsfirmen, das dann überweisen würde monatlich sozusagen, dann ist das die Steuer, was ich sozusagen bezahlen hätte. Nicht, wenn ich Bestandsvermögen überweise. Auch bei Kryptowährungen gibt es im Moment so, das gehen wir dann am Ende darauf ein, wie es mit den Kryptos ist, ist auch nochmal speziell gehandhabt. Hier haben wir nochmal ein Beispiel mit 30.000 Baht pro Monat, was die Wohnung angeht. Da sind wir bei 849.000. Das heißt, man kann auch wohnungstechnisch ein bisschen upgraden. Ich habe jetzt das Essen, das Essensgeld sozusagen gleich lassen. Dann passt das natürlich auch noch mal 180 statt, eben diese 150 sozusagen zur Seite legen. Hier ist dann nochmal ein Beispiel, okay, wie teuer könnte die Wohnung sein bis eine Million Baht, dass man eben nicht in die nächste Steuerklasse rutscht. Und da haben wir dann, ich will gerade schauen, wo sind wir da? Bei Miete 500.000, das sind 42.000 Baht, 42.500 Baht dürfte die Miete kosten, das heißt, man könnte auch upgraden und dann würde man nicht in die nächste Steuerklasse rutschen. Genau, das wäre das. Hier nochmal ein paar Beispiele, was ihr zahlen würdet an Steuern, wenn ihr gewisses Einkommen habt. Das heißt, bei 1.000 Euro im Monat sind wir bei 641 Euro pro Jahr, das heißt, das ist sehr, sehr, sehr wenig, ungefähr 24.000 Baht. So, bei 1.400 Euro Einkommen sind wir schon bei 1.300 pro Jahr, das sind ungefähr 50.000 Baht. Und 1.700 sind wir dann bei 73.000 Baht, das sind 1.900. Kommen wir ungefähr, sagen dann, roundabout 10%, also in diesem Bereich halten wir uns unter diesen 10% auf. Und hier kommen wir dann schon in diese 10% Area und alles, was dann Richtung 2.000 geht, sind wir auch noch bei 11%. Und alles, was drüber ist, da sind wir schon gut drüber. Wie man hier sehen kann, der Sprung von 2.000 auf 2.500, der haut schon gut rein. Wenn man sagt, okay, man zahlt mit 2.000, zahlt man ungefähr 11%, nicht ganz 11% hier. Und wenn man auf 2.500 geht, ja, dann knallt es schon ordentlich nach oben, gell, sind wir schon bei, ja, 4.000 Euro hier, was zum Zahlen ist. Genau, genau. Overall, das heißt, overall ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn man jetzt wirklich, wirklich viel Kohle reinbringt. Das heißt, wenn man einen sehr luxuriösen Lifestyle auch in Bangkok, beziehungsweise in Thailand leben will, ja, dann bleibt man wahrscheinlich ordentlich auch Steuern drauf. Kommt natürlich auch immer darauf an, ob man das mit Bestandsvermögen macht oder nicht, gell. Alles, was eben so frisches Einkommen ist, ist ein bisschen tricky, gell, in diesem Fall. Aber es ist absolut in Ordnung, wenn ich sage, okay, für mich persönlich, ich habe die Basis da, ich kann auch eben ein bisschen was vom Bestandsvermögen sozusagen mitverbrauchen und für den Rest sozusagen zahle ich halt die Steuern, das wird sich aus sozusagen frischen Quellen mit reinbringen. Bei Krypto ist es so, dass auch, das wollten sie ja auch besteuern, im Moment ist alles noch steuerfrei. Es ist auch gekippt worden bis Ende des Jahres 2023. Das heißt, nach wie vor steuerfrei. Hier haben wir dann auch noch, ja, Möglichkeiten, dieses, ja, sozusagen Geld nach Thailand zu bringen. Im Moment eben noch steuerfrei. Gegen Ende des Jahres durfte ich eventuell eben mit dem Jahreswechsel, auch wo die neue Steuerreform dann wahrscheinlich rauskommt, werden dann wahrscheinlich auch für Kryptos eventuell neue Regeln kommen. Genau. Hier wird auf alle Fälle im Hintergrund sehr stark daran gearbeitet, dass eben die Exchange, zum Beispiel Big Cup, mit den Banken, die muss alle komplett verletzt sein, also in Thailand ist es schon ziemlich krass, alles sozusagen seamlessly läuft und auch, dass von der Exchange selber schon die Steuern bei einem, wenn ein Gewinn entstanden ist, mit einbehalten werden. Also das ist, ja, das ist dann schon, ja, wir haben dann auf alle Fälle sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Für die Leute natürlich, sagen wir mal, fein, je nachdem, wenn das die Steuern nicht extrem hoch sind, dass sie sich nicht darum kümmern müssen, dass das alles automatisch geht, aber ja, das ist halt auch etwas, wo man denkt, okay, ob das der richtige Weg ist, werden wir sehen. Gut, das war es auch mit diesem Video. Das heißt, ich hoffe, ich habe hier ein paar Informationen mitnehmen können, was Thailand angeht und wie die neuen Regelungen sein und dass sie eigentlich gar nicht so schlimm sind, wie man sich das eigentlich so ausmalt. Das ist allerdings alles noch nicht fix. Wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt und was bis zum Jahresende, ob da jetzt sich noch etwas ändert oder ob das dann, wie gesagt, zum 01.01.2024 so kommt. Gut, an dieser Stelle, wenn ihr jetzt Fragen haben solltet, gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst, meinen Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.